Heute zeige ich euch nochmal einen Game-Mode, und zwar einen ziemlich coolen, den ich total verpasst habe. Ihr wisst, ich liebe Game-Modes von Magic the Othering. Ich habe mal die kompletten Pre-Release-Game-Modes von Teros gezeigt. Ich habe Plane Chase gezeigt, bevor es wieder cool wurde. Ich habe Arch Enemy gezeigt, bevor es hoffentlich wieder cool wird. Ich habe euch sogar Vanguard, ein Komplett-Set, gezeigt. Ich liebe Game-Modes. Ich habe auch die Mini-Games fast alle da. Mir fehlen noch ein paar, und die werden ja demnächst wahrscheinlich nicht mehr da sein. Dementsprechend habe ich irgendwann auch ein Komplett-Set von allen Mini-Games. Viele dieser Videos sind überhaupt nicht möglich ohne Patreon. Deswegen vielen, vielen Dank an alle meine Patrons, weil die Dinger sind leider teilweise selten und kosten teilweise Geld. Gerade diese Game-Modes. Ich möchte sie euch aber nicht vorenthalten, weil ich finde, Magic hat so viel mehr als nur Legacy, Pioneer, Commander. Es hat so viel mehr zu bieten. Und das möchte ich mit euch einfach teilen. Dazu gehören Game-Modes. Das ist der Game-Mode von Herr der Ringe. Offiziell von Wizards. Wir haben verschiedene Bereiche auf dem Tableau. Wir haben einmal die 9-4-Mortal-Man. Da kreieren wir ein 2-2-Human-Night-Token. Wir haben 3 Ringe der Elfen. Da ziehen wir eine zu sehr viel Karte. Und wir haben, ich kann es ja mal drehen, 7 Ringe der Zwerge. Da kreieren wir einen getappten Treasure-Token. Dazu haben wir noch den 1-Ring to rule them all. Auch diesen Ring können wir legen. Und der sagt, Kreaturen, die du kontrollierst, können nicht geblockt werden. In dieser Runde jeder Gegner kreiert einen 3-3-Ralph-Token mit Menace. So, das sind die Sachen, die ihr auf der Seite legen könnt. Jetzt fragt ihr euch, hä, worum geht's denen überhaupt? Es geht um einen Game-Mode. Hab ich ja schon gesagt. Hab ich ja schon gesagt. Hier sind die Regeln. Fangen wir hier vorne bei der Sache an. Es ist tatsächlich ein 3er-4er-Game. Gerade für Commander auch ausgelegt. Dementsprechend vielleicht auch spannend für Commander-Spieler. Es ist so, dass sie erstmal eine der 4 Fraktionen auswählt. So. Elfen, Hobbits, Dwarfs oder Gondor-Rohan. Diese Karten haben alle einen zusätzlichen Effekt. Die Dwarfs haben zum Beispiel, nach der Draw-Phase muss man einen Ring jußen. Da kommen wir gleich zu. Das haben die alle. Immer wenn ein Commander ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen Shield-Counter irgendwo drauf. Und wenn es unser Commander ist, ziehen wir noch eine Karte. Ihr merkt schon, Commander. Kann man dabei aber ignorieren. Dann nimmt man halt, hier sagt man halt, immer wenn die zweite Kreatur, man kann auch ein bisschen upspacen tatsächlich. So. Dann hat man eben den Punkt, dass wenn diese Kreatur ins Spielfeld gekommen ist, dann ziehen wir eine Karte. Gondor und Rohan haben immer, wenn ein Commander ins Spielfeld kommt, legen wir eine 1 Marker auf eine Kreatur. Wenn es unser Commander ist, ziehen wir eine Karte. Wir haben Hobbits. Die sagen immer, wenn der Commander ins Spielfeld kommt, kriegen wir einen Food-Token. Und wir ziehen eine Karte, wenn es unser Commander ist. Und bei den Elfes ist es so, wenn ein Commander ins Spielfeld kommt, scryen wir zwei. Und wenn es unser Commander ist, ziehen wir eine Karte. Also generell geht es immer darum, dass irgendein Commander ins Spielfeld kommt. Dann passieren tausende Dinge. Wenn aber ein Commander von uns reinkommt, kriegen wir noch einen kleinen Bonus mit Draw a Card. Das hat jede Fraktion. Jetzt hat jeder Spieler eine Fraktion ausgewählt. Dann ist es so, dass wir diese Karte umflippen. Diese Seite habe ich euch schon gezeigt, was da ab ist. Und wie das funktioniert, ist folgendes. Wir machen dieses Choose a Ring. Beim Choose a Ring wählen wir, jetzt muss ich doch nochmal umdrehen, es tut mir voll leid, einen dieser Ringe aus und legen dort einen Marker drauf. Ich nehme den jetzt mal als Marker. Sagen wir, wir legen den Marker zum Beispiel hier drauf. Dann kreieren wir einen Trap-Taguer-Token. Und dann geht es weiter. Wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, hey, wir haben jetzt mehrere Spieler. Und die haben schon diese beiden Sachen gemacht. Und wir wollen unbedingt eine Karte ziehen. Und setzen unseren Ring an diese Stelle. Dann haben wir hier die drei Ringe der Elfenkönige voll gemacht. Was dann mit uns passiert ist, erstens ziehen wir eine Karte. Dann klieren wir alle Sachen, die hiervon drauf sind. Das heißt, die Ringe gehen wieder auf Null. Und je nachdem, was wir sind, drehen wir uns um. Also wir drehen uns so oder so um, aber wir drehen unsere eigene Rolle um. Denn wir haben immer ein Tempted auf der Rückseite. Das Wichtige dabei ist, jedes auf allen steht drauf, you may not choose a ring while this card is facing you. Wichtig ist, you may not heißt nicht, du musst nicht, sondern du darfst nicht. Das ist ein Fehler, den ich in der Grundschule gemacht habe. In der vierten Klasse und in der fünften Klasse Realschule. You may not. Du darfst nicht. Nach der Draw Step verliert man vier Leben, wenn man zwei Leben bezahlt. Man verliert vier Leben, dann kann man zwei Leben bezahlen. Wenn man das macht, flippt man die wieder auf die nicht getemptete Seite. Und jeder Gegner zieht eine Karte. Das ist bei den Elfen. Bei den Hobbits genau dasselbe. Gondor dasselbe. Und die Dwarfs dasselbe. Das heißt, man verliert fest vier Leben. Und wenn man dann zwei Mana bezahlt, wird man so rum und jeder Gegner darf eine Karte ziehen. Ansonsten bleibt man auf der Seite und zieht wieder vier Leben. Das tut weh. Was jetzt damit das Interessante ist, sind so Sachen wie, wenn man sie wieder auf diese Seite flippt, ist es ja After your Draw Step, you must. Zusatzregeln ist, wenn man von der getempteten Seite umspringt, dann ist es You may not choose. In dem Moment, wo man halt geflippt ist, choost man nicht. Wenn die Fraktionskarte auf der Attempted Seite ist, kriegen sie kein Benefit von Commander Entered the Battlefield. Und Placing a Counter in die Mitte. Oh, dieses Denglish, Entschuldigung. Wenn wir hier in die Mitte einen reinlegen, werden wir automatisch getemptet, weil da gibt es nur einen. Dann werden wir natürlich, der Ring geht wieder weg, der Effekt passiert und wir werden getemptet und gehen auf die Attempted Seite statt auf die Free Seite. So. Und dann sind hier noch ein paar Erklärungen, was ein Treasure ist, was ein Food ist und so weiter und so fort. Das ist das gesamte Spiel. Es ist großartig. Ich kann es euch nur empfehlen, es ist wirklich großartig, es macht mega Spaß. Ihr könnt das in eurem Local Game Store finden. Viele der Local Game Stores haben das bekommen für Commander Nights oder sowas. Oder Commander Day oder sowas. Irgendwas mit Commander war das. Zu Herr der Ringe Zeit. Die haben das bestimmt noch rumliegen. Fragt die mal. Ansonsten gibt es auf der offiziellen Webseite von Wizard of the Coast tatsächlich Prints davon. Genau wie jetzt bei den neuen Doctor Who Sachen. Da ist auch ein Game Mode rausgekommen. Den muss ich auch noch finden. Wenn ihr jemanden kennt, der diese Karten hat davon und nicht diese geprinteten Online-Versionen, sagt mir Bescheid. Sammelt das. Ich zahle dafür. Kein Ding. Und ja, das ist der ganze Game Mode für Herr der Ringe mit Choose a Ring. Oder wie sie hier genannt haben, hat keinen Namen. Weil irgendwie wurde das hier nicht benannt. Finde ich ein bisschen schade. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wenn euch Game Modes und so weiter trotzdem interessieren und auch wenn ihr sagt, hey, ich bin Legacy-Spieler und ich finde es trotzdem cool. Oder hey, gerade das finde ich cool. Dann lasst dem Video doch mal einen Daumen nach oben da und schreibt mir das. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten könnt ihr mich gerne abonnieren. Ihr findet auch unten haufenweise andere Social Medias, wo ihr mich liken, folgen oder sonst was könnt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.